herzlich willkommen zurück zur neuen forst folge hallo willkommen zurück es wird langsam dunkel aber wir können noch nicht schlafen ich hole noch paar sticks ja genau eine stickrunde vielleicht paar rocks mitnehmen so habe ich denn die leiche habe ich die leiche schon verbrannt naja da liegen ja die ganzen knochen wo ist unser diese scheiß kleine steine wo die auch immer weiß die große wenn dies worden ist es ja schön und gut ja die kleinen die sind echt unnütz das ist so nervig einfach weil man halt die ganze zeit aus versehen aufnimmt ja vor allem dass du die direkt in der hand hast dann ja ich habe echt angst dass ich mit dieser falle hier lauf ja ich glaube die macht der matsch da haben wir noch einen stein ich habe steine gesammelt kein ding ja ja aber ich glaube die spikes da sind es eher nebensache sagen ja die können wir jetzt immerhin immer ein paar steine haben und so einfach mal was ja schon wieder ein stein es gibt es doch nicht die kann es doch nicht sein mann wie schaut es aus mit dem schlafen es geht bei mir immer noch nicht es kann es nicht sein ich verstehe es noch nicht aber wir sind doch relativ normal schlafen gegangen es ist nicht normaler rücken es ist immer wieder dass wir in die nacht reinkommen und nicht schlafen können es ist ein bisschen zum piepen ehrlich gesagt ach das habe ich keine sticks aber es ist auch mittlerweile echt ziemlich ruhig muss ich sagen ja ich meine es war eine zeit wo wir gedacht haben oh mein gott jetzt geht es richtig los dann war wieder nix dann sind wir auf die survival tour gegangen und dann plötzlich zack waren wieder 100 leute von ihnen da ja und dann haben wir die wieder vernichtet mit dem mutant übrigens und dann waren sie wieder nicht da das kann es doch nicht sein die kacksteine aber jetzt höre ich sie ja ich höre ja jetzt höre ich sie auch das muss man schlafen können weil es war noch so ganz ganz schön da ja kann schlafen wunderbar sehr schön weiche ich noch schnell ja genau das war gut die zack da bin bereit fürs schlafen guten morgen 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 mal schön warm nehmen wir heute nacht ich fand die nacht voll toll ich verrat nicht zu viel brauchst du dich hast du schon noch vier sticks ich glaube die kleinen steine die spawnen hier echt die ganze zeit alter es ist doch das kann ich gar nicht haben im Haus Entschuldigung nein das hat gerade von meiner perspektive aus das ganze wandern ich habe schon wieder einen stein in der hand das kann auch noch ein stein da ist auch noch ein stein die können es kotzen kriegen die steine spawnen auch die ganze zeit also dagegen habe ich jetzt nicht sowas weil die sind ganz cool manchmal hilfreich ach ich wollte auch Sticks holen, wieso habe ich es eigentlich wieder zugemacht? weg da brauchst Sticks ich meine Speer ist ja schön die steine nehme ich auch noch mit dann gehe ich mal ein bisschen in den wald rein essen hätte ich was wieder ein scheiß stein ich gucke mal schnell nach unsere hasen fallen ob da was neues gibts habe ich oben eigentlich auch was gebaut? ich glaube nämlich ich hatte mal in Erinnerung aber die kleinen Büsche die wachsen jetzt irgendwie an nicht mehr kann das sein? ich weiß es nicht das ist irgendwie gerade ein bisschen hm hier hatte ich kein doch da hatte ich einen stehen ach das ist der Standard hier sind wir bei der Höhle ok der hat nicht ausgelöst läuft natürlich direkt vorbei der Lissart manchmal habe ich das Gefühl die Dinger sind vielleicht ein bisschen buggy die Animal Traps das durchlaufen können ohne dass was passiert teilweise könnte schon sein ja der hat auch nicht ausgelöst der hat natürlich auch nicht ausgelöst Alter wie viel soll ich denn noch bauen? ähm die da hinten auch nicht ausgelöst es kann es wieder nicht sein es ist so zum piepen nein bitte nicht bitte geh bitte geh bitte geh ich brauche Hilfe scheiße ah man eingeboren oder was? ja und das Problem ist wieder ich kann wieder nicht blocken ey das ist so zum kotzen man ich habe das Problem nicht hast du wieder den Speer in der Hand gehabt? ja immer wenn ich wenn ich einen Speer in der Hand habe soll ich jetzt kommen oder nicht? oder kommst du zurück? jetzt gehts passt alles gut ich muss das so oft auswählen und was weiß ich soll ich probieren jetzt mal was aus? jetzt sind da doch drei da jetzt gehts langsam einer ist down das ist schon mal gut was ist das auch noch einer? okay jetzt bin ich so langsam ich glaube die rufen die ne da ist schon wieder der Speer im See ich glaube der spawnt da die ganze Zeit da sind echt Speere im See halt hier sind grad voll viele ey ich bin grad voll im Zingel von denen jetzt brauche ich vielleicht noch Hilfe scheiße ich laufe mal Richtung nach Hause ja ich habe jetzt ein Stick Bag ach so du hast ja aus mein ich habe es grad gemerkt man braucht nur eine Rabbit äh ein Rabbit-Ding zwei Robes und drei Kleidungsstücke dann kann man das schon bauen ach so ein Rabbit-Ding bloß ist mein Rabbit hängt das da noch? mein Rabbit-Ding? ne ich habe es schon genommen oh mann aber ich kann dir noch eins hinlegen warte hängt wieder eins da das wusste ich nicht hätten wir das ja schon lange bauen können ja und ich glaube für den äh Rock-Holder braucht man glaube ich bei ne also für den Rock-Ding braucht man nochmal was anderes ich vielleicht mit oh Hammer also der wird direkt hier verwendet jetzt kannst du einfach mehr tragen oder wie? ja ich glaube schon einfach es ist der Hammer probier ich gleich mal aus wie viele man denn wahrscheinlich jetzt zwei Sticks mehr oder so ja wahrscheinlich naja guck ich mal wie viel man denn dazu vorordern kann also ich zähle warte wie viel habe ich jetzt im Inventar gar keine jetzt pass auf eins zwei drei vier fünf sechs oder auch nicht ich bin grad nicht sicher ich bin grad nicht sicher ich bin grad einen scheiß Stein in die Hand genommen nein gefressend die zwei Animal Traps die sind auch voll für nachscht die sind schon seit Ewigkeiten da und die sind nicht einmal ausgelöst oh hier sind Bären ist der es kommt grad wie gerufen ich hab schon ordentlich was drin glaube ich ja ich glaube ich auch ja hab ich nochmal sowas großes ab ja jetzt bin ich voll und wie viel habe ich zwanzig ja doppelt so viele ne ne mehr fünf fünf mehr nur ne zwanzig habe ich ja ne man kann doch immer nur man kann doch 14 mitnehmen also sechs nichts mehr als sonst naja so viel ist das eigentlich auch wirklich ne ach die sind ja immer noch da die gleichen Stelle wo ich die grad verlassen hab ja rufe stärken du scheiß Kerl alter ich krieg's kotzen hoch hier liegen ja Koffer wieso sind da Koffer nicht geöffnete ich hab ne Uhr gefunden sehr schön wir können eine Bombe bauen warte bleib mal da wo du bist ich möchte auch zu ne ok ja wieso hä hä doch haben wir die nicht schon mal geöffnet bin ich jetzt bescheuert voll viele Koffer die hätte ich doch nicht übersehen ich weiß nicht weil ich alter wir haben hier sogar schon abgeholt na nicht ganz oh hab ich doch hab ich doch richtig gehört scheiß eingeboren naja komm mal zu dir ach da sind sie ja aber die haben wir doch sicherlich schon mal geöffnet kann das sein dass die mal das kann natürlich sein dass die natürlich dann auch wieder zu gehen alter wenn man da immer wieder was finden kann doch das war doch die Koffer die wir schon mal aufgemacht haben ja wo wir die schon mal gesagt haben hey wir sind ja Koffer achten hier sind überall welche ne weil euch nicht immer so gut die ich gewarnt haben na meine hübsche bitch komm her jetzt läuft sie weg oder jetzt läuft sie weg oder ey da hinten ist noch eine bitch die gehört mir wow alter oh die eine ist nackt die andere ich nehme die nackte ja wow alter ok jetzt ist jetzt jetzt ist da noch ein Pferl alter jetzt hört's mal auf oh ich hab grad zwei ane glaub ich soll man die mitnehmen die Leiche da unten ist auch noch einer da kommt einer da kommt einer da ist noch zwei dann bräuchte noch so ein äh äh Leichen Leichenbag 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 ja so ein Schlitten für Leichen das wärs aber ich mein jetzt jetzt ernsthaft mal ganz ehrlich das ist echt cool ne weißt du er kann zwei Loks tragen aber zwei Leichen ist zu schwer ne ja das ist irgendwie ja frag mich ich mein hier nur weil ich ich erwisch keine gesunden äh äh oder besser gesagt guten Bären mehr das ist nervig ja ich hab die auch nein das sind nur zwei Leichen leider drauf nein das sind drei oder ich glaub ich nur zwei ja ich hab meine Leiche reingeworfen hab ich die andere aufgehoben und du hattest es an der Schulter und ich hatte es an der Schulter das müssen wir echt mal ausprobieren ob wir Leichen verdoppeln und verdreifachen können ich mein jetzt erstmal wirklich jetzt so müssen wir gucken Moment hast du jetzt vier Hasen reingetan ja achso ok schon schade ne oder hast du jetzt gedacht die haben sich vermehrt hab ich gedacht ja wollte mich schon freuen da muss ich leider deine Freude äh niederschmettern ich hab da einen gefangen und da einfach Hasen reingelegt weil lebendig ich glaub vielleicht wenn wir mal so einen lebendigen Vorrat haben ist auch nicht schlecht ja Alter 307 Steine das ist doch nicht mehr normal ach ich hab so Hunger und das nicht nur in-game ach ja geht mir gerne ähm was wollte ich denn jetzt eigentlich grad machen ich wollte euch irgendwas nachschauen ähh ah ja genau wo ist das denn jetzt da da das sind Bären kann man die essen? nein, kann man nicht da bin ich jetzt ähm Croke so Croke 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 hier ist die Höhle da ist ein Lizard den hab ich natürlich nicht erwischt die Fallen haben nicht ausgelöst standardmäßig weißt du aber da sind Hasen da hopfen zwei Hasen daneben und einen Lizard aber die Fallen lösen nie aus das ist nicht dein Ernst ich könnte mich doch so aufregen ach der ist ja der ist schon wieder in die Falle reingelaufen seh ich grad echt? ja die bringt's ja voll ohne dass wir's checken ja die tun einfach überall hin noch und dann warte wenn ich hier diesen Stickmarker die laufen's ja schon wieder ey das kann's doch nicht sein das brauche ich naja ah ok das ist doch so komisch hm nein ich will meine Falle nicht kaputt machen letztes Mal so ich mag den so ah ja genau da ist einfach dann der Harz drin na hey das ist ganz schön viel was man da einsammelt ja nicht schlecht nicht schlecht eine hab ich erwischt ein Lizard wenn man so ein Bein hat da steht ja eigentlich dass man's für Crafting hernehmen kann aber was kann man denn damit Crafting hernehmen kann was kann man denn damit Crafting hernehmen was wenn man was hat so ein Fuß von Eingeborenen da steht dass man damit Crafting hernehmen kann ja so tot ist halt achso oder ne quatsch das Crafting man ja nicht die baut man ja ich tu die zwei Fallen hier mal wieder aufstellen geh halt also ich glaub die Crafting die kommen wirklich immer wieder weil was ich jetzt eigentlich gar nicht mal so schlimm finde weil da ist immer schön ja Snacks und so drin ist das ganz gut äh Kleidung vor allem Kleidung ist irgendwie voll wichtig und hier weil die ganzen Koffer die haben wir schon mal rausgesucht weil ich weiß glaube ich hab wie ich versucht hab den Koffer hier unten rauszufischen ja klar das weiß ich noch wie ich versucht hab diesen Drecks kann keine Medizin mehr tragen lessness wegen des zwei Medizinteile hast ook du bist auch voll mit Projekt sind ne nich also wow ja was ein verdammt hause auf den koffer dann hol ich mir jetzt kommen schauen dieser dreckshase echt alter schreckst du nicht noch mal du scheißkerl was stimmt mit mir nicht du dreckskackvogel das ist kein guter freund der schreckte mich so ich laufe voll den hasen der und dann plötzlich springt er da also nichts daher ist in dem teich sind dafür schon noch hier ist eine falle ich bin eine falle gebaut ach so das ist hier okay weißt du ja noch wo du deine ganzen fallen warst ja ich weiß noch wo ich meine ganzen fallen baue ich tue mal die falle wieder aufmachen haben wir die ausgelöst bei mir war die kann nicht ausgelöst die ich habe jetzt gerade drei fallen wieder hergerichtet bei dir sack da sind überall hasen und was weiß ich so viele leute aber nö es ist zum piepen es ist einfach nur zum piepen pipi 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 ich hab sieben fallen errichtet sieben fallen und es ist so gut wie nie was drin selbst wenn sie ausgelöst sind ist nie was drin das ist echt bitte irgendwie es ist wirklich traurig mann ich glaube das ist echt das schwierigste in dem spiel hast ja ja es ist wirklich ich aber ich glaube ich muss damit echt aufhören weil ich glaube ich habe die achtung kommt immer auf dich zu auch da ist ja noch einer den habe ich nicht gehört komm ah die haben die im hängt da noch einer oder die haben die in die freiheit wahrscheinlich schon das ist nicht ähm ne da hängt noch einer naja genau nimm mal die leiche mit wenn die schon ja eine leiche habe ich schon hier magst du mal sehen was aus deinen kameraden wird da siehst du mal was du für ein glück hast dass du noch lebst ha gefällt dir das alter die haben voll die spitzen zähne sehe ich alter voll mit dem gesicht im gesicht aber die haben voll die spitzen zähne und die augen sehen die aus wooo alter dann klingelt zwei auf einmal ja 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 jetzt sehe ich es sind so vampirartig die szene ne ja jetzt haben wir das ding kaputt gemacht ja ich hab's repariert gut jetzt haben wir ähm vielleicht ein 3 4 du hast jetzt äh die falle der hängt bei mir immer noch da ne aber du hast die ja aber der ist tot und der ist das heißt der hängt da aber die falle ist noch aktiviert ja da muss man erst drunter nehmen den typen hä wieso du hast die falle noch grad aktiviert miss die falle ist bei mir die ist immer noch bei mir hängt der noch dran ja aber ganz komisch und die falle ist aber du kannst halt der kann jetzt jemand wieder rein laufen in die falle er hängt zwar da aber die ist trotzdem aktiv die falle das ist ja der hängt irgendwie ganz komisch da ja guck die falle ist aktiviert wenn du da jetzt reinrängst ja stimmt ja jetzt halt hängen lassen dann fangen wir den nächsten hängt der auch da und dann haben wir irgendwann voll die voll die menge da hängen hey da können wir vielleicht noch ne falle bauen dann haben wir auch ne äh knochenproduktion alter sind hier viele knochen hey das kann sein dass das der sinn der falle ist man da sind echt viele knochen und dann wurden wir aber wieder verletzt wieso bin ich nicht liebdisch und das ist ganz komisch wann bin ich froh dass sich die sachen nicht abnutzen sowas hasse ich dermaßen kennst du das das wäre echt kacke jetzt ich muss mal die schnell die zwei beine aus meinem inventar nehmen sonst häng ich die ganze zeit an diese scheiß ding nur dran na komm komm hab ich paar sticks dann sammle ich noch paar man brauchen schon fast bald so ein zweites aufhängeteil für unser fleisch und so kein platz mehr hier oder so also das aufhängen ist richtig scheiße bei diesem teil das müssten sie noch bisschen anders machen ich hab nen bogen oder ach man stell sie einfach oben drauf dann geht das wie craftet man pfeile ähm man hat's dafür dass man braucht dafür pfeile ja wie craftet man pfeile federn meine ich ja federn hab ich federn warte ich schau schnell nach achso achso ok ok passt schon ja alles gut man braucht einfach ein stick und paar federn man braucht einfach ein stick und ein paar federn one stick, five feasern ja und wenn du noch vier twin berries dran haust dann hast du ein gift pfeil und ein pfeil mit kleidung und alkohol ist ein feuer feuerding feuerpfeil okay pfeile kann man wieder aufheben das ist schön ja kann man gut also in meinem lager ist jetzt auch so ein pfeil es geht kann man auch die pfeile jetzt lagern okay aber ich habe mir mal einen bogen gegeben weil ich vielleicht erwische ich damit mal einen hasen der still liegt oder so weil es sehr still sitzt ja vielleicht ist das mal für jede jagd hätt ich auch gedacht aber es ist gar nicht mal so einfach mit dem teil zu schießen ja mei aber vielleicht hat man da mehr Chancen es wird dunkel ich rüste mal meinen Rest also das dauert echt ewig das Zeug hier zu bauen ne na gut ich habe jetzt gar nicht so viel versucht als das fertig zu machen ich weiß jetzt ist da eins naja naja ich habe immer wieder ich glaube da braucht man jetzt echt mal einen Rockback dann erstmal also ich habe echt viele Sachen reingehaut also wenn man uns jetzt schaut also alter die kleinen die ich könnte austicken mit den kleinen Dingern so der Mond ist aufgegangen die Sterne so schnauze schnauze so habe ich eigentlich auch noch achso hier sind noch über Knochen warum eigentlich machen wir das nicht so schnauze ich crafte und crafte was craftest du denn? ne Rüstung hm 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 und die hänge ich dann auf unseren Rüstungsstände auf oder hast du das schon durch? hab ich noch nicht ne ja das ist lustig und das habe ich gedacht das können wir nicht mal machen ja ich war vor dir hä? verstehe ich jetzt nicht hä? 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 was ist das? soll ich mal einen Molotow Halter bauen? wo ist eigentlich mein Speer? genau jetzt fällt es mir grad auf mein Speer ist weg so ich habe jetzt mal einen Speer gebaut so pass auf wir könnten nur schlafen falls es ist ne? ja ich habe uns da jetzt mal so einen exklusiv Halter da können wir mal Molotow Teile abstellen und so oder brauchen wir das nicht ach das brauchen wir noch nicht ah verdammt das nehme ich wieder Weapon Rock ich habe ein paar ausgel... oh das ist schon voll Alter wie viel Rehe hattest du? ziemlich viel ich glaube man braucht fast nur mal so ein zweites Stickdinge da ich habe mal das äh Lissert da auf die Hasenseite getan weil Hasenseite ist eh nie so voll kann man ja lebendig fangen und ja so pass auf ok hab ich noch was? nope na warte ich kann ja damit craften ja ist ja gut oder? mir streiten sie wieder rum wie die Irren ich höre nichts ähm folgenlänge 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 ja dann würde ich sagen speichern und weil ich glaube wir sind schon ordentlich in Überlänge das ist mir mal so ich bin mir grad nicht schütt ja stimmt oh ja doch wir sind ziemlich drüber jetzt schon weit drüber ne dann lass uns gleich beenden ja ja warte c und c so lass uns gleich beenden also danke fürs zuschauen und ähm bis zur nächsten Folge ciao bis zur nächsten Mal dann bis zur nächsten Mal